Ich sage euch, das Pack lohnt sich eigentlich nicht, außer du hast Bock zu gameln oder, wie sagt man das, du hast viele Untrades, weil das Ding ist, es gab nur 5, 5 von 19 bringen dir was. Einmal die Ginola, das ist der Jackpot, die Natal ist nice, Abedepilé ist nice, Cole und Keane sind okay und Cordoba, okay, Cordoba ist auch noch am Start, das sind 6 Spieler, 6 Spieler, die okay sind, aber gut sind. Cordoba ist auch in Ordnung und alle anderen von, also 19, also 13 sind Schrott und 6 sind gut, also Chancen liegen gegen dich eigentlich, aber wenn du Bock hattest, was du machen, dann drück ich dir die Daumen, der erste hier, Astrid, ja öffne du, weil, okay, Astrid, Astrid, ich drück dir die Daumen, hoffentlich Frankreich, let's go, erstes Pack, was ist das, oh mein Gott, Oh mein Gott, oh mein Gott, Chats, lohnt sich dieses Pack, ich weiß es nicht, Loonberg, hm, oh mein Gott, mein, von den Schlechten noch der Beste, sage ich mal so. Gut, damit hier 4 Jokes als nächstes, ein Cracky, das ist eigentlich Mr. EA Account, Salah gezogen, ist einer der wenigen, zieht noch hier auf so ein Billigpack, noch in Form, da seht ihr schon, so einen kleinen Vorgeschmack, Wo mir jetzt hier Top 6 sieht, dann Ende Gelände, die Dirk, brauchst eigentlich nicht, also ich sehe da als Jabber kommen oder jemand richtig krass ist. Oh mein Gott, ey, ich hab dir das vergessen, die EA Account, das gibt's gar nicht, das ist so krass, der Typ hat so einen krassen EA Account, der Lack, Alter, wie, ich schwöre, ich glaube mir jetzt, ob es ein EA Account gibt oder nicht, Sag mir, sag mir, gibt es ihr Accounts oder nicht, der Typ zieht Jahr für Jahr, Woche für Woche, Monat für Monat immer die Besten aus dem Pack, das ist nicht mehr normal, ich gönne Ihnen das, aber das ist schon richtig frech, Jungs. Vor paar Tagen Salah gezogen, letztes Jahr hat er die besten Icons gezogen, das ist geistesgestört sein Account, das ist so ein Lacker, oh mein Gott. Ja, drüch dir Daumen, du kannst öffnen, wenn du willst, vielleicht kommen ja Back to Back geiler Spieler. Äh, cool. 150k, schreib mir die Typische, da ist Möll, leider, der ist, glaube ich, nicht so viel, das ist, glaube ich, so einer der günstigsten, ne, wenn ich irgendwie so 30k habe, 25 sogar, das ist big los, dann. Okay, dann mal steig auf, Bruder, okay, bevor du das abkacken noch. Ich drück dir die Daumen, come on. Let's go, komm. Ah, shit, man. Ah, Melito. Melito, feierst du den? Findest du gut? Okay, dann. Ja, man muss sich eine Agenda bauen. Dann ist auch okay, ich meine, das ist auch nicht der günstigste, der kostet, glaube ich, auch noch, ja, 80k, okay. Dann viel Glück, Bruder. Daniel, die Narbe los hat er sich doch gedacht, geil, Digga. Die Narbe los hat er sich doch gedacht, geil, Digga. Die Narbe los hat er sich doch gut aus. Oh, wieder die Natale, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, den habe ich sogar, den kann ich verkaufen. Digga, bis jetzt sind die uns brutal. Oh mein Gott. Ja, einfach nur mal ein Dinatale. Digga, warum sie so krass? Digga, du musst Nabel oder ein Team nennen, Digga. Let's go. Let's go, der Hase-Chat. Also bis jetzt, backweight stabil. Hätte es auch so an. Ich sag mal so, das ist halt immer dieser Trostpreis von den Schlechten, der Beste noch. Lungenberg. Sieht halt spielbar aus, ist aber halt nicht krass halt, ne? Dann viel Glück, mein Freund. Oh, ich weiß nicht. Mir hat er nicht so gefallen, manche feiern den, Mojentis. Der ist aber so ein bisschen was wert, oder nicht? Ich fand ihn jetzt nicht so geil. Ist er überhaupt was wert? Oder verwechsel ich ihn gerade? Der ist sogar was wert, oder, Chat? Und dann noch was tausend, sogar so ein OK-Pack vom Wert her. Pairo, mach mal deinen Stream aus. Der Profi, er gehört auf deinen Kollegen, der ist der Profi. Der Profi, ja. Oh, die schlecht, Konobar. Konobar. 450K, man, das nice. Ey, die Pack-Ban ist ultra-schnittlich. Glück gab's. Ich hab Cole gezogen. Ich hoffe, top 6 EA. Bis jetzt, hab dir gut abgeliefert, die A-Sports. Oh mein Gott, Alt-Jabber. Nein, da ist er, der Alt-Jabber. Oh mein Gott. Ich drück dir die Daumen auf jeden Fall. Okay, danke. Da was Geiles kommt. Komm. Nach Alt-Jabber muss eigentlich was Gutes kommen. Immer ein guter, ein schlechter. Oh, fuck, der Kale. Oh mein Gott, der Kale. Oh mein Gott, warum nicht Kine, ey? Der fucking Idiot, Alter. Wenn wir nicht öffnen, 100% Kale. Deswegen, mach du lieber. Ja, okay. Ich hoffe, ich hab was runtergelegt. Come on, yay. Oh nein, 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 nein. Der ist so unbeweglich. Ja, ich hab den, glaub ich, auch nicht so gefeiert. Vom Wert her sogar noch okay, aber, ja, ich glaub, spielerisch. Das ist eine Geschmackssache, ob der dir gefällt. Ja, mit der Nase. Mit der Nase. Hoffentlich was Geiles. Suginola. Come on, komm schon. Komm schon. Hey, Moriantis. Ach, wieder Moriantis, der fuck, ey. Ich schreibe dir daumen, vielleicht kommt der ja jetzt, die Natal, dann hast du wieder Plus gemacht. Komm, yay. Ist das? Ist das? Ich sehe nichts, bei mir leckt das. Ach, du Scheiße, der beste Trainer der Welt, Junge. Der beste Trainer der Welt. Zölsker, jung. Alter, das ist das Garten einfach. Jawoll. Komm, heide, Junge, EA, komm, jetzt. Top 3, jetzt. Gern. Nein, wieder Lundberg, Mann. Der Trostpreis. Lundberg, ja. Und bei mir kommt der Streams, mit der. Komm, komm, EA, man. Komm, mal. Krankreich einmal und dann haben wir nichts mehr. Jetzt das. Oh, du war? Oh, nice. Nice. Das ist nice. Okay, Packbait ist immer noch tot, ist noch nicht tot. Pro, du bist, ist schon ein Big Win. Let's go. Let's go, Junge. Inola. Wer ist das? Deutschland, oh na. Ne Ricken. Ne Ricken. Oh nein. Du wolltest, dass ich öffne. Ich habe gesagt, lass mich nicht öffnen. Du wolltest, dass ich öffnen, dann kommt der Ricken, Alter. Der grinst, der Gaii. Er ist fröhlich, dass ich scheiße gezogen habe. Komm, du One Punch-Mengue. So, rein. Rein in Alt-Jabber und gut ist. Mach doch kein Auge, was ist das? Mach ich nicht, ich gönne doch. Ach, du Scheiße. Rattu, Junge. Da würde ich lieber Alt-Jabber ziehen als den, glaube ich. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht. Wenstens vier Sterne. Der ist nicht schlecht vom Wert her. Der kostet 150.000. Also, ich mache auf. Komm, bitte. Holy shit, komm. Komm jetzt, yay. Oh Gott. Mario, komm es, Digga. Einfach Mario, komm es. Komm, wie der ausrastet, Digga. Ach, du Scheiße. Mario, komm es. Mario, komm es. Komm. Komm. Ich würde nur einmal gerne G0 sehen, dann reicht das eigentlich auch. Komm. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, die Packway ist ein bisschen runtergegangen. Oh, du Scheiße. Oh Mann. Mit der Nase, Jungs. Mit der Nase, komm schon. Die Nola. Die Nola, komm jetzt hier raus, du. Oh, wer ist das denn? Wer ist das denn, Alter? Ach, du Scheiße. Die russische Legende, Mustovoi, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hat die für Werten? Weiß ich gar nicht, ja? 4,4 oder? 4,4? Ja, 5,3 schlangen Fuß. Ist okay. Jetzt mach kein Auge, EA. Jetzt muss mal wieder was Gutes kommen. Weil jetzt abfängst ein bisschen Müll. Mal wieder was Gutes kommen, EA. Come on. Ich sehe es schon. Keen! Okay. Keen ist gut. Ist gut, Shad Keen. Wie viel ist der noch mit? Halbe Million oder so? Der war schon nicht schlecht. Ey. Ey, Keen ist nice, sag mal. Dreieck, wie viel? Was ist denn halbe Million? Oh, 450. Okay, dann komm. Kann auch Aljaba kommen oder was? Aljaba, Junge, der Beste. Ich drück dir die Daumen. Aber wenn jetzt die Natale kommt, Digga, oh mein Gott. Oh, Mario, komm es. Du, klein. Ei, ei, ei. Der, ich hier vor Chat, Digga, oh nicht Spaß, Digga. Let's go, viel Glück. Aljaba, Digga. Die Legende, Aljaba, Junge. Also wenn ich einen von den schlechten ziehen sollte, dann sollen die mir Aljaba geben. Weil ich das ist, dann will ich Aljaba haben, wenn schon einer von den schlechten kommen soll. Ding, vielleicht hier auch hier, der Ali. Vielleicht kommt ja bei dir auch was Gutes raus. Auf geht's. Komm, geh mal einfach rein. Ginola und Feierabend. Feierabend mit Ginola dann. Oh, das ist... Oh mein Gott, ja. Das ist der so geil, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, Alter. Das ist echt feierabend, Chat. 2,1 Millionen. Oh mein Gott. Ey, ich schwöre, ich hab's... Der kommt sogar wirklich. Oh mein Gott. What the fuck? Der kommt wirklich einfach jetzt. Digga, wie... Oh mein Gott. Ey, das Pack ist schon nicht schlecht, Digga, Mann. Krass, einfach Ginola, der Beste. 2,1 Millionen, Chat. Das ist Bigwin, sein Urgroßvater. Seid ihr gegönnt, Mann. Seid ihr gegönnt, Digga. Okay, mach jetzt für dich. Oder zumindest ABD-Pleer dann. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ach, du Kacke. Von Ginola zur schlechtesten Hero-Karte All-Time-Kahill. Ach, du Scheiße. Gut, dann, let's go. Drückt dir Daumen. ABD. Was soll dir gehören? Was ist das denn? Ja, ja. Uh, Cole ist auch nicht schlecht. Nice. Alter, die Packs sind echt bis jetzt stabil gewesen. Bin ich echt mit euch. Cole schmeckt? Wie viel kostet das noch 400k? Ich bin zufrieden. 350. 250, ja, ist auch geil, Mann. Gut, Lack. Ja, danke. Danke. Wie Glück, Mann. Ach, du Scheiße. Die Legende, Al-Java. Ach, du Scheiße. Okay, dann tue ich die Daumen, hoffentlich. ABD-Pleer fehlt noch in der Sammlung. Da kommt er doch, oder? Was hast du? Militum. Ich weiß nicht, Digga. Vielleicht 90. Minute Eckball. Da kann man die Nummer einwechseln. für den Kopfball. Ansonsten weiß ich nicht. Ja, komm, Abfahrt. Abfahrt, Jungs. Wir gehen direkt rein, ohne zu schnacken. Abfahrt, meine Freunde. ABD, ich komme jetzt einmal noch. Jawoll. Was ist das denn? Ja, muss doch wohl. Ja, egal. Ich habe schon zwei Heroes. Dann möchte ich sagen, tue ich dir Daumen. Let's see go, man. Oh, man. Oh, der Alt-Jabber kam wieder. Der Alt-Jabber, wie hast du geschlagen? Scheiße. Egal. Komm, Jabber. Du bist ein Arm, oder was? Ein Jabber. Nein, also, keine Ahnung, wie schlecht. Aber mir leckt das anders. Oh, mein Gott. Was? Ich sehe nix. Was? Schick mal ein, Lado. Ich sehe nix. Was ist passiert? Es will nicht. Es will nicht. Es will nicht. Warte, 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 warte. Ich habe es doch eben noch gesagt. Ich schwöre. Ich schwöre. Schau. Ich habe es doch eben noch gesagt, ich bin noch ein RPD-Peliziner. Siehst du es? Siehst du es? Ich sehe nix. Warte, 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 warte. Oh, mein Gott. Was? Nein. Junge, dein Internet ist ja Vodafone-Lei, Alter. Nein, es ist Pelé. Junge, ich habe schon vorgestern von Percy gezogen. Wenn er wirklich Pelé jetzt ist, dann krass. Ich habe gerade noch gesagt, ich bin noch ein Peliziner. Ja, weiß nicht, ich komme jetzt. Warte, das ist echt Pelé, Chad. Das sehe ich ab wie die Pelé. Oh, mein Gott. Ich habe die ganze Zeit abgewartet und ich wollte noch nicht so schreiben, weil ich gedacht, also ich dachte, vielleicht ist es kaum schreist du das. Was? Oh, was ist das Schade, Digga. So ein geiler Spieler, dann so eine Quali. Guck mal, ich sehe gar nichts. Das sind nur noch Pixel bei mir. Ich habe gar nichts, Mann. Was ist das? Jesus, Digga. Oh, mein Gott. Okay, GG, Digga. Was machst du? Mach du lieber, mach du dann. Weil wir nicht gezogen haben, weil wir immer Müll. Oh, Gott. Gut Glück, Mann. Danke. Vielleicht zum Abschluss nochmal. Ja, Muyentes, der kam auch sehr oft heute chatten. Der kam auch sehr oft. 150K wert, aber ja, so der Hazel. Komm, bitte. Oh, was ist das? Ist das Kinola? Nee. Ach, Junge, wegen den langen Haaren, Digga. Ich dachte, bei mir hat es voll lang geladen, ey. Scheiße, ich dachte ganz kurz, weil er schon stand und mit den langen Haaren, das wäre der Kinola gewesen. Ich würde dann entweder Robby Keen haben oder die Kinola. Die ist so perfekt in mein Team. Ich drücke dir die Daumen. Oh, mein Gott. Den haben wir heute noch gar nicht gesehen. Du Scheiße. Ach, du Kacke. Warum nutzt das ja was? Das ist euch gar nichts wert. Oh, no. Den haben wir heute noch gar nicht gesehen. Fällt mir gerade nämlich ein. Scheiße. Come on. Come on. Nur den Engländer. Nur den Engländer wollen wir. Komm. Gönn ihn. Die Legende. Der beste Trainer der Welt. Selska. Egal. Auch perfekt. Nimm zu Lampard. Nein, nein, nein. Oder du? Ich weiß nicht. Geh Daumen, mein Freund. Noch ein Call. Noch ein Call würdest du nehmen, ne? Wahrscheinlich. Ein Call war nice. Aber wir nehmen auch ein ABD-Ple oder ein Kinola. Ah, Selska. Ach. Mots. Machst du. Ja, ja, mach du. Okay, ich mach das im Abschluss. Let's back von mir. Oh, my God. Öh, den haben wir auch noch nicht gesehen. Den haben wir heute auch noch nicht gesehen. Kommt einfach der Köhler. Jürgen Köhler. Ey, ich kann den auch testen. Der erste Mal, sag mal, wie der ist. Den habe ich auch noch nicht gespielt. Ey, wie steht die Daumen? Danke, danke. Let's go. Geh in der Grein. Nicht viel geschnackt. Geh in der Grein. Das sieht doch geil aus, oder? Na, Moriente. Morientes. Morientes. Weiß nicht, Chad. Weiß nicht. Morientes weiß nicht. Drück dir Daumen, dass was anderes kommt. Komm, irgendwas geiles. Top 6 noch was im Abschluss. Wäre geil. Ach, wieder Morientes. Wie oft kommt der jetzt? Dieses. Okay. Geht eigentlich. Ja, vom Wert ist nicht schlecht. Von 160k halt, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie gut der ist im Game. Okay. Okay, let's go. Komm, Jungs. Bitte. Gönn was. Nein, wieder Morientes. Dreimal hintereinander. Was ist das denn? Dreimal Morientes, Digga. What the fuck, man. Er kommt jetzt. Total lieber Bess. Irgendwie ist gar nicht dieses Morientes-Pack geworden, ey. Daraus. Drück dir die Daumen. Easy. Let's go, komm. Ja. Komm, Digga. Altsch, aber ich gönne den Besten. Ach, du Kacke. Harland? 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 Ja. Beste Trainer der Welt, Junge. Fuck. Vesca. Ja. Viel Glück, Mathematiker. Alles klar. Gut, 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 gut. Ah, Morientes. Ja. Ist aber in Ordnung. Besser als Last Regen. Viel Glück, komm. Der nächste Mann. Und jetzt gönn was. Benünftiges, anständiges, yay. Die Natale, wow. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Top 3. Wieder 900k, glaube ich, oder so. 950 fast jetzt wieder. Das schmeckt. Let's go. Let's go. Come on. Back to back. Was ist das denn? Oh mein Gott. Demse, ja. Demse. Gehen rein, okay. So, Jubel. Gibt's was zum Jubeln jetzt? Und. Oh, nice. 500k Koroba. Alter, bei euch läuft eigentlich. Einer zieht was Schlechtes. Dafür zieht der nächste mal was Gutes. Der ist natürlich auch sehr geil. Koroba, 500k. Nehmt man mit. Durch die Daumen. Hoffentlich können wir hier mit drei guten Packs rausgehen. Okay. Ach, der Alt-Jabber darf natürlich nie auf einer Party fehlen. Alt-Jabber, das ist natürlich... Alle gesehen. Besser als Dempsey, sag ich mal so. Jetzt. Okay, let's go, Mr. Fifa. Let's go. Eins Glück. Die Natale. Wow, ich hab euch gesagt. Hab ich euch das nicht gesagt, den E-A-Account, das ist so gestört, Digga. Keiner kann mir jetzt nur sagen, es gibt keinen E-A-Account. Es gibt nicht so 99%, so 100% gibt's E-A-Accounts. Das ist so krass. Ich zieh aus diesen Packs nie was. Viel Jux. Und jetzt immer was krasses draus. So gestört, Digga. Yay. Einfach die Natale gezogen. Ihr E-Account bestätigt, Digga. Ja, komm, mach einfach auf. Aber hier ist ein bisschen. Okay, mal sehen. Hoffentlich bin ich die 30%. Come on, yay. Oh, Digga. Nein, den Dudek. Den haben wir noch nicht mal gehabt heute. Genau der, den hatten wir noch nicht gehabt heute. Das ist der erste, den zieht, den Dudek. Jesus. Ich hoffe, ich ban das Dream mit einem Ginola, oder Ginola, wie der heißt. Keine Ahnung. Ey, du weißt, ich zieh nie was Brauchbares bei dir. Du weißt. Ja. Aber heute, heute, heute ist der Tag der Tage, Junge, wo der Aljabba kommt. Ha, aber auf, man. Lass mal. Yalla. Kurz und schmerzlos, ey. Was ist das denn? Nein. Oh mein Gott. Oh mein. Der ist fickt mein Leben. Der dämmt sie, Junge. Der Freak Danzer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist das Ding. Ich komme. Ich meine dieUSE. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Das ist das.